Dieses Video zeigt die Installation der Intex-Filterpumpe mit einer Kapazität von 9463 Litern pro Stunde. Die Pumpe ist für 732 cm große oberirdische Pools vorgesehen. Bei der Installation der Pumpe unbedingt alle Anleitungen und Empfehlungen im Benutzerhandbuch lesen und befolgen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen. Die Installation der Pumpe ist sehr einfach. Die folgenden Richtlinien sorgfältig beachten. Die Pumpe erst nach vollständiger Installation ans Stromnetz anschließen. Die Pumpe darf erst dann eingeschaltet werden, wenn der Pool vollständig gefüllt ist. Wenn sich Personen im Pool befinden, darf die Pumpe nicht aktiviert werden. Die Filterpumpe muss ohne Verlängerungskabel an eine Steckdose anschließbar sein. Elektrische Steckdosen müssen mit einer Fehlstromschutzschaltung ausgerüstet sein. Diese muss vor jedem Einsatz der Pumpe geprüft werden. Wird ein Fehler gefunden, die Pumpe nicht ans Netz anschließen, bis die Ursache gefunden und behoben ist. Detaillierte Anleitungen findet man im Handbuch. Die Filterpumpe zwischen den Schläuchen so weit weg vom Pool aufstellen, wie es die Schlauchlänge erlaubt. Die Pumpenanschlüsse müssen zum Pool hin zeigen. Den Schlauch von der rechten Poolseite mit dem Einlassstutzen rechts an der Filterpumpe verbinden. Und den Schlauch von der linken Poolseite mit dem Auslassstutzen links unter der Filterpumpe verbinden. Die Schläuche mit den Klemmringen sichern. Prüfen, ob alle Verbindungen fest verschraubt sind. Die Pumpe noch nicht ans Stromnetz anschließen. Sicherstellen, dass Filterkartusche und O-Ring am Filtergehäuse korrekt eingesetzt sind. Dann das Entlüftungsventil auf der Oberseite des Filtergehäuses öffnen. Den Filtergehäusering durch links drehen entfernen. Und die Abdeckung abnehmen. Die Filterkartusche herausnehmen und sicherstellen, dass sich der O-Ring im Gehäuse befindet. Das Filter wieder vorsichtig einsetzen und dann die Abdeckung und den Gehäusering wieder anbringen. Der Ring darf nur von Hand festgezogen werden. Die Entlüftungsventile vorsichtig festziehen und prüfen, ob das Sedimentventil auf der Unterseite des Pumpengehäuses geschlossen ist. Die Pumpe so weit vom Pool entfernt auch Stellen, wie es die Schlauchlänge erlaubt. Den Pool jetzt mit Wasser füllen. Darauf achten, dass die Beine eng an der Poolwand anlegen. Den Pool nicht über die Manschettennaht hinaus füllen. Sicherstellen, dass die Pumpe nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Das Kolbenventil rechts und dann das Kolbenventil links öffnen, damit Wasser durch die Schläuche zur Pumpe fließt. Um Lufteinschluss zu verhindern, zuerst das untere Kolbenventil öffnen. Die Ventilgriffe zum Öffnen nach links bis zum Anschlag drehen. Wasser strömt in die Schläuche und die Pumpe und schließt Luft im System ein. Die eingeschlossene Luft muss abgelassen werden, damit das Wasser zirkulieren kann. Die Entlüftungsventile auf der Oberseite des Filtergehäuses und der Oberseite des Pumpenmotors öffnen. Die Schläuche leicht schütteln, um alle eingeschlossene Luft freizusetzen. Wenn Wasser aus den Entlüftungsventilen auf Filter- und Motorgehäuse austritt, diese wieder schließen und von Hand fest drehen. Detaillierte Anleitungen zum Entlüften findet man im Handbuch. Die Pumpe nun an eine FI-Steckdose anschließen. Wenn die Pumpe einen FI-Stecker besitzt, diesen vor jeder Inbetriebnahme gemäß den Anleitungen im Handbuch testen. Bei Auftreten eines Fehlers darf die Pumpe nicht verwendet werden. Das Stromkabel vom Netz trennen, bis der Fehler gefunden und behoben ist. Der Pumpenschalter auf der Pumpenrückseite hat drei Stellungen. Die obere eingeschaltete Stellung ist mit einer vertikalen Linie markiert. Die mittlere ausgeschaltete Stellung mit einem Kreis und die untere Timerstellung mit einem Uhren-Symbol. Den Schalter zum Starten der Pumpe in die obere Stellung bringen. Das Wasser fließt nun durch die obere Einlassdüse in den Pool. Wenn kein Wasser fließt, ist möglicherweise Luft zwischen Filterpumpe und Pool eingeschlossen. Die Pumpe abschalten und das Kabel aus der Steckdose ziehen. Die Entlüftungsventile oben auf dem Filter- und Pumpengehäuse öffnen und die Schläuche vorsichtig schütteln, bis Wasser aus den Ventilen austritt. Das Entlüftungsventil wieder schließen und die Pumpe ans Netz anschließen. Die Pumpe einschalten, um den Betrieb wieder aufzunehmen. Mit dem Timer kann die Pumpe täglich zur gleichen Zeit für eine bestimmte Dauer automatisch eingeschaltet werden. Dazu den Timer mit dem Drehregler auf die gewünschte Stundenzahl einstellen. Die Tabelle im Handbuch gibt dann, wie lange die Pumpe für eine bestimmte Poolgröße in Betrieb sein muss. Den Schalter zur gewünschten Einschaltzeit in die untere Timerstellung bewegen. Solange der Schalter auf Timer steht, wird die Pumpe jeden Tag zur gleichen Zeit für die am Drehregler gewählte Zeitdauer eingeschaltet. Den Schalter zum Deaktivieren des Timers in die mittlere Ausschaltstellung bringen. Die Filterkartusche reicht für etwa zwei Wochen effektives Reinigen. Danach prüfen, ob sie ausgetauscht werden muss. Vor der Filterprüfung den Wasserfluss durch das System unterbrechen. Die Kolbenventile durch rechts drehen bis an den Anschlag schließen. Dies verhindert, dass beim Öffnen des Filterdeckels Wasser aus der Pumpe läuft. Das Lüftungsventil der Pumpe öffnen, den Gehäusering und dann die Abdeckung abnehmen. Die Filterkartusche in Augenschein nehmen. Wenn die Patrone schmutzig oder braun ist, kann sie unter Umständen mit einem Gartenschlauch ausgewaschen werden. Wenn sich die Verschmutzung nicht ohne weiteres abwaschen lässt, gegen eine Ersatzfilterkartusche, Teil Nummer 29005b, austauschen. Bei ordnungsgemäßer Pflege und Wartung sorgt das Filtersystem auf Jahre hinaus für sauberes und frisches Wasser.